So, also von da oben kommen schon Ressourcen rein. Die Felder sehen aus, als werden sie geerntet. 93, 99, 90 nur. Okay, wir haben auch nur 3 Leute auf den Feldern statt 4, das ist schon okay. Hier sind wir an der Grenze und bekommen regelmäßig gut Fleisch rein, das ist schön. Wir haben schon wieder 45 Kleidung und wir kriegen ganz viele Laborer. Oh, das ist schön, vor allem das ausgebildete Laborer. Wir haben jetzt schon 80 Heidcodes hier liegen. Die sind 15 wert, also wir nehmen mehr Heidcodes. Nochmal 20. Oh, ist das schön, wenn das Spiel endlich so funktioniert, wie es eigentlich laufen soll. Also wir haben jetzt Handelsgüter. Wir können im Notfall Essen kaufen, wir können Stahlwerkzeug kaufen, wir können Schafe kaufen, wir können kaufen kaufen. Aber ja, erstmal gucken, wie die Ernte wird. Wir haben Spätsommer, das ist ein bisschen spät, finde ich. Also die Felder werden noch nicht mehr angefangen, hier das eine jedenfalls. Früh, Herbst. Essen sieht aber okay aus. Wir haben 8 Laborer übrig, das ist gut, weil die müssen von hier hinten das ganze Zeug holen. Und ich bin dafür, die Straßen machen mit so einer Steinstraße. Wie oft gehen wir jetzt wirklich hier hinten rüber? Oft. Also ich sehe mich schon das alles hier, wo Holz ist, wegsammeln. Also ja, es wird sich lohnen, hier eine Steinstraße draus zu machen. Aber erstmal lassen wir die Bilder schön in Ruhe. Erstmal das Ding hier bauen und dann noch die Häuser bauen. Klick. Wir haben Feuerholz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neue Arbeiter, neue Studenten. Felder werden eingeholt. Wie schaut es hier unten aus? Du produzierst Solala Herbs. Hunting Cabin. Gatherer hat es ausgelastet und produziert ordentlich. Naja, für vier Mann. Also ich höre immer wieder Leute sagen, Gatherer sind die Besten und die sind voll super und voll toll und so, aber die Zahlen sagen wir mir was anderes. Für vier Mann. Oben auf den Feldern haben wir drei Mann und die produzieren mehr. Aber das könnte echt an dem Laufweg liegen, ne? Die müssen ja doch ziemlich weit laufen, bis sie ihr Essen abladen können. Deswegen bin ich versucht, hier in der Mitte einen Food Storage Bin zu bauen. Also, Storage Bahn. Pause. Ist denn zwar wieder Fläche, die wegfällt, wo Bäume wachsen könnten, aber ich denke, dadurch ist es wesentlich effektiver mit dem Hin- und Hergelaufen. Statt bis nach ganz da oben zu laufen. Warte mal. Also, die Gatherer von hier können nach da laufen, das ist nicht so wirklich weit. Und die Gatherer von hier und hier später können dann hier hinlaufen. Ne, komm, das lassen wir erstmal. Wir wollten eh die Bilder nicht ganz so sehr ausreizen. So, wir haben Herbst, wir haben 5 Grad fallend. Das Feld muss sehr schnell abgebaut werden. 4 Grad, ab 0 Grad, verrosselt es die Hälfte. Chop, 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 chop. Wir sind gleich auf 5000 Essen, das ist schon mal sehr gut. Wir sollten das Food Limit weiter erhöhen. Ich wüsste nicht wirklich, wozu wir ein Food Limit bräuchten. Also, ich könnte das eigentlich auf 99999999 stellen. Da hätten wir einen schönen Vorrat. Hm, er schließt mir noch nicht so ganz, was das soll. Okay. So, das Pasture ist fertig. Da. Wollten wir Hühnchen ausprobieren oder wollten wir hier Schafe reinstecken? Ich glaube, wir wollten Schafe reinstecken. Hühner ist nur ein Luxus-Dingens. Eigentlich sollten wir den Typen auch rausschmeißen und als Laborer arbeiten lassen. Dann sterben wir die Hühner. Und dann kommt in 10 folgenden Gerogen aus der Zukunft auf die fixe Idee, ach, wir brauchen mal so einen richtig großen Hühnerstall. Guckt sich dann um und sieht, oh, wo sind denn die Hühner hin? Das wollen wir nicht wirklich. Also, lassen wir den einen Typen da arbeiten, dann ist gut. Wir haben 0 Grad. Das Feld ist noch halb voll, das Feld ist noch halb voll. Das ist nicht gut, Jungs und Mädels. Ganz und gar nicht gut. Aber noch hält es sich. Noch ist nur da ein, zwei kleine Löcher drin. Drei Löcher drin. Vier Löcher drin. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Viel zu viele Löcher drin. Schade. Also, das mit drei Mann pro Feld geht noch nicht so ganz auf. Könnte aber auch daran liegen, dass noch nicht alle unsere Dorfbewohner Fachkräfte sind. Und eventuell, weil wir kein Stahlwerkzeug haben. Ich weiß nicht, ob Stahlwerkzeug einfach nur länger hält oder wirklich mehr bringt. Aber, naja. So oder so haben wir genug Essen, das ist okay. Wir haben ganz viele neue Kinder. Wir haben neue Studenten. Wir haben neun Arbeiter. Und wir haben jetzt zwölf Farmer, die nichts zu tun haben. Ja, hier hinten sind noch Abbaubefehle. Das reicht erstmal. Bilder. Packen wir nochmal zwei dazu. No. Todesfall während der Geburt. Das ist nicht gut. Vor allem, weil unser Gesundheitssystem eigentlich inzwischen wieder einigermaßen okay. Wir sind auf vier Punkte hoch. Ich glaube, wir waren auf anderthalb runter zwischenzeitlich. Das war nicht schön. Wir haben kein Alkohol. Ja, das ist nicht so wirklich schlimm. Wir haben schön viel Stein. Wir haben gerade nicht so viel Holz. Das lässt sich aber ändern. Oh, ein Händler. Komm schon, gib mir Schafe. Pumpkin Seeds. Nö, können wir uns nicht leisten. Also könnten wir schon, wenn wir noch mehr Mäntel hier hinschmeißen und so weiter und so weiter. Will ich aber gar nicht. Ich glaube, ich spare lieber die Hidecodes hier auf, bis nachher die Schafe kommen. Und dann hole ich mir instan zwei Schafe und den Jackpot. Also du, geh weg. So. Was wollte ich gerade? Genau, wir haben wenig Feuerholz. Ein schöner Vorrat ist schon wieder weg. Du, Holzhack. Holz. Holz. Hack hier. So. Was sagen unsere Bilder? Das Gatter ist fertig. Die Steinhäuse sind schon fertig. Warum brauchen wir gerade... Achso, hier sind wir noch gar nicht fertig. Und da liegt Kohle auf den Straßen rum. Das gibt es ja gar nicht. Ihr Jungs meckert wegen Feuerholz und hier liegt Kohle zu auf. Also ja, die Laborer sollte ich nicht anfassen. Und nicht noch mehr Abbaubefehle verteilen wir hier. Was haben wir noch? Du wirst super genutzt, ne? Ja. Also gerade das mit den Laufwegen ist noch sehr ausbaufähig. Also ich denke, wenn ich eine neue Stadt anfangen würde, wäre das wesentlich optimierter. Also immer eine Lagerstätte für Essen. Dann drumherum Essens produzierende Sachen. Also vielleicht in jeder Richtung ein Feld. Und dann in den Ecken von den Feldern jeweils ein Haus. Irgendwas in der Richtung. Und so dein kleiner Cluster. Achso, das ist nur Forrester-Arbeit, oder? Nö. Alter, Schwäche. Okay. Dafür bist du hier runtergelaufen, um einmal da drauf zu hauen. Ach du auch noch. Achso, du musst hier die ganze Straße anfangen. Oh, Feier. Ja, okay. Dann mach mal. Die läuft jetzt hier runter. Haut einmal drauf. Geht dann nach oben. Wärmt sich die Hände. Geht wieder runter. Wow. Okay. Was tut man nicht alles für eine Straße? Aber gut. Wir haben gleich wieder Frühling. Ich werde bei den Feldern nichts verändern. Also sie laufen gerade auf gefühlten 80% Effektivität. Also ja, hier waren am Ende, ich glaube, 20-30% Verluste hier auch. Aber auf denen halt nicht ganz so viel. Also denke ich mal, 80% Effektivität ist realistisch. Dafür haben wir halt vier Arbeiter weniger, als wir normalerweise drin hätten. Was schon mal ganz schick ist. So, was wollten wir noch? Wir wollten den Stockpile da weg machen. Flop. Das dürfte recht schnell gehen. Eigentlich muss hier nur das Holz abgeholt werden. Genau. So, Häuser. Haus ist fast fertig. Haus ist fast fertig. Sehr schön. Wir haben kein Holz. Und wir haben Frühling. Das heißt, alle Leute kommen wieder auf die Felder. Und fangen sofort an mit Seen. Sehr gut. Hier bräuchten wir ja auch noch überall Steinwege. Weil gerade die Farmer müssen Tiere schnell hin und her flitzen. Sonst geht die Ernte halt flöten. Da und da auf jeden Fall noch. So, Feuerholz ist ein Problem. Holz ist ein Problem. Eisen ist ein Problem. Ja, also Holz liegt hier noch rum. Eisen. Sehe ich nicht wirklich viel. Da ist ein Plopp. Hier ist ein... Ja, also zickzack laufen. Da sind noch ein paar. Könnten wir da welche in die Mine schicken? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den drei Minenarbeit, die wir gerade haben. Die immer schön Kohle rausholen. Um halt die Holzhacker zu entlasten. Wir sollten hier einen Forrester hinhauen. Ernsthaft. Apropos Forrester. Wir brauchen mehr Forrester. Wir brauchen regelmäßig mehr Holz. 168 in einer Saison. Das ist richtig gut. Hier unten ist ein Gatherer. Das sollte nicht so weit ab vom Schuss sein. Das ist alles immer weit ab vom Schuss. Verdammt. Wir könnten hier noch einen Viererblock hinbauen. Ist nicht allzu weit weg von der Stadt. Also Transportwege wären nicht zu lang. Und das Gebiet wird momentan eh noch nicht genutzt. Das heißt, der Plan wäre dann... Hier... Forrester Lodge. So. Naja, ist doof wegen dem Fluss da unten. Ich weiß nicht, ob der Holzhacker auf die andere Flussseite geht. So wäre die Brücke mit drauf. Also es könnte hinhauen. Alternativ könnte ich das Ding einfach auch hier hinsetzen. Und dann eine Straße hochbauen. So. So wäre man näher dran an einem Lager. Ja ne, ich glaube ich mache hier. Das sollte reichen. Spricht was gegen. Ja, dass wir nicht genug Laborer haben. Aber... Ja ne, muss gebaut werden. Wir können das nicht machen, dass wir durchgehen. Unsere Laborer kilometerweit wegschicken. Da sind sie ein halbes Jahr damit beschäftigt. Einfach nur einen Baum zu fällen. Das ist doof. Also ja, hier kommt jetzt der Forrester hin. Da werden drei Leute arbeiten. Die werden hier alles aufforst und regelmäßig wieder runterhacken. So. Häuser sind fertig und Leute frieren sofort drin. Das ist nicht schön. Direkt neben euch ist Kohle. Schnappt euch doch einfach mal ein bisschen was da. Felder sind in Arbeit. Das hier komischerweise gar nicht. Oder fast nicht. Achso doch, es ist nur ganz klein. Gut. Habe ich aber auch nicht wirklich ein Auge drauf. Das Essen reicht auf jeden Fall. Es könnte sogar fast über den nächsten Winter reichen. Wenn wir gar keine Ernte haben. Also das ist okay. Die Forrester hier sind aktiv. Ist die Straße hier unten fertig? Ne, aber bald. Das ist gut. Dann läuft keiner mehr hier runter. Friedhof erstmal nicht. Also es ist schön, dass wir die Straße gebaut haben für später. Aber das ist erstmal genug an Arbeit, die wir nicht so wirklich machen müssen. Damit müssen wir haushalten. Wir müssen momentan eigentlich eher wichtigere Sachen machen. Jedenfalls gefühlt wichtigere Sachen. So, wo lauft ihr hier hin? Ihr holt Holz. Das ist okay. Pause. Die Mini-Bäume bitte nicht. Die bringen kein Holz und verhindern, dass wir später große Bäume haben zum Holzhacken. Ich bin Veteriner. Ich bin Veteriner. Ich bin lose According.